Typische Fehler im Deutschen. Ich komme morgen zu dir. Morgen schreibt man klein, wie im zweiten Satz. Ich komme morgen zu dir. Der Morgen mit einem großen M ist ein Nomen. Morgen klein geschrieben ist ein Adverb. Ich komme morgen zu dir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Bis dann.